Orge-Geschicht. Also kürzlich, da sitzen wir, der Charlie und ich, und ich denke mir gerade nichts und auf einmal sagt der Charlie, Alter, was würdest du machen, wenn du ein Diktator wärst? Ich sage, Charlie wär nicht ungemütlich, aber er hört überhaupt nicht mehr auf damit. Ich denke mir, gut, machst du ihm die Freude, ich rauch den Giant dann und Und ihr Diktator wärts, Charlie, dann war das die total gemütliche Diktatur. Weißt, alle werden ruhig gestellt mit Saufen und Fressen und rauchen. Und es gibt urviel Musik, weißt du, lässige Vibes, coole Pizza, grufe Diktatur, Charlie, grufe Diktatur. Darauf der Charlie und die Feinde. Welche Feinde, ich mein, Charlie, ich mein, ich mein, weißt, seit der mit der Politikwissenschaftlerin Pemper, das ist ja echt nicht mehr ganz easy, weißt. Feinde, ich mein, Feinde, Charlie, ich sage, Feinde, also bei mir, da wird keiner gehört oder ins Gefängnis gesteckt oder gefoltert oder umgebracht. Ich mein, es ist voll nicht mein Style, weißt. Nein, wenn ich dafür ist, die wird einfach ausgelacht, verstehst du? No, ein Geschenk, Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Nee, 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 nee.